Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Jud Süß von Veit Haaland. Dies ist der bekannteste und der unbekannteste Propagandafilm. Der bekannteste, weil ihn 20 Millionen Deutsche in den 40er Jahren, vor allem 1940 gesehen haben, als dieser Film in die Kinos kam. Dieser Film ist wirkmächtig. Dieser Film ist nicht frei von einer gewissen Aura. Das liegt sicherlich auch daran, dass man eben ihn nicht entauratisieren konnte, indem man ihn zeigte, indem man sich mit ihm auseinandersetzte. Denn es ist ein Vorbehaltsfilm. Deshalb ist es der unbekannteste Propagandafilm. Nur in gesonderten Vorstellungen mit Einführungen und Diskussionen und so weiter kann dieser Film in Deutschland gezeigt werden, ist also nicht auf DVD verfügbar. Aber es steckt ein gewisser Anachronismus darin. In Zeiten des Internets ist dieser Film selbstverständlich überall zu finden. Er wird überall hin und her geschoben, hochgeladen und in anderen Ländern ist er auch nicht so verboten. Also, die Frage stellt sich dann natürlich, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, weiterhin von Vorbehaltsfilmen zu sprechen und damit die Sichtung zu unterbinden. Selbstverständlich gehört dieser Film nicht einfach so ins Fernsehprogramm. Aber man kann ihn einordnen und vor allem kann man ihn studieren, um auch Schlüsse daraus zu ziehen, was den Antisemitismus heute betrifft. Denn dies ist sicherlich der antisemitische Propagandafilm der Nazis schlechthin. Eine Auseinandersetzung mit dem Film wäre also lehrreich. 20 Millionen Menschen haben den gesehen. 20 Millionen Menschen, die schon eine antisemitische Einstellung in größten Teilen wohl hatten. Und es geht hier aber bei diesem Film nicht einfach so, dass jetzt ein bisschen Propaganda gemacht wird, sondern man jubelt dem Publikum diese Propaganda ganz geschickt unter, beziehungsweise man verknüpft diese Propaganda mit Erzählformen, die bekannt sind. Man hat hier es mit einer Mischung aus einem Melodrama und einem Historiendrama zu tun. Und auch ein bisschen Vampirfilm kommt hier mit rein. Und man muss sagen, dieser Film ist vorzüglich besetzt. Man hat sich nicht lumpen lassen. Es haben viele ihr Talent für diesen Film dem Missbrauch hergegeben. Einmal Heinrich-George als der Herzog Ferdinand Marian, als die Titelfigur Josef Süß-Oppenheimer und Werner Kraus, der gleich mehrere verschiedene Juden spielt. Dann spielt noch Christina Söderbaum mit, wenn auch ihr schauspielerisches Talent nicht allzu groß ist. Sie war aber die Frau von Veit Haaland. Und Veit Haaland war ein sehr talentierter Regisseur, der neben Propagandafilmen auch Filme geschaffen hat, die nie ganz frei von NS-Ideologie sind, die aber doch auch als filmästhetische große Werke angesehen werden können. Am Ende dieses Films, am Ende von Jud Süß, wird die jüdische Titelfigur hingerichtet. Und dieser Film ist auch als ein Aufruf zur Tat zu verstehen. Nun ist das mit Kausalitäten immer so eine Sache. Sieht man A, folgt daraus die Tat B. Das ist sehr fraglich, zumal der Film auch, auf das müssen wir hinweisen, gewisse Ambivalenzen produziert. Aber man kann doch sagen, er ist auf einen Nährboden gestoßen und hat sicherlich dann sein Übriges getan für die Vernichtungsideologie der Nazis. Es gibt eine umfangreiche Forschung zu diesem Film, aber auch zu der historischen Figur, nämlich Josef Süß Oppenheimer. Wer sich dafür interessiert, dem sei dieser Sammelband sehr ans Herz gelegt. Jud Süß, Hofjude, literarische Figur und antisemitisches Zerrbild von Alexandra Schrembel und Jörg Schönert herausgegeben. Und es gibt auch einen anderen Film, der nicht antisemitisch ist, sondern der den Roman von Leon Feuchtwanger mit demselben Titel verfilmt hat von 1934. Heißt auch Jud Süß, ist bei YouTube frei verfügbar mit Konrad Veith in der Hauptrolle. Hier soll es aber jetzt hauptsächlich um einen Aspekt in diesem Film gehen, nämlich den Aspekt der Wirtschaft. Die jüdische Hauptfigur, stellvertretend für alle Juden, wird nämlich in Jud Süß für etwas verantwortlich gemacht, für das nicht sie, sondern das System verantwortlich ist. Dieser Film funktioniert ganz stark nach dem Sündenbock-Prinzip. Der Film beginnt im Jahr 1733. Wir sehen, wie Karl Alexander Herzog von Württemberg wird. Er schwört auf die Verfassung. Später sehen wir, wie er ihr untreu werden wird. Und wir sehen auch gleich schon, dieser Herzog, der ist nicht so ein anständiger, braber Bürger. Der ist noch aus aristokratischen Zeiten. Der ist lüstern, der ist dekadent und für seine Eskapaden, da braucht er Geld. Da gibt es das Gegenbild dazu, zu dieser Dekadenz. Das ist einmal Faber und seine ihm angetraute Dorothea. Sie ist die Tochter des Landschaftskonsulenten. Sie sind wohl anständig. So anständig, dass sie sogar noch keusch sind, nachdem die Ehe geschlossen wurde. Und hier tut man also im Film eine Opposition von Anfang an auf. Einmal die bürgerliche, tugendhafte Gesellschaft, die Schwaben, gegen die aristokratische Dekadenz. Und das wird dann bald verknüpft mit der jüdischen Dekadenz, eben durch Josef Süß-Oppenheimer. Und der Vatersturm, der Vater von Dorothea, der ist auch der gute, wackere Deutsche, der sein Sonntagsessen nach seinem Herzen genießt und sonst natürlich nie etwas Böses im Sinn hat. Eingeführt wird dann die Figur des sogenannten Hofjuden. Das war durchaus üblich, dass es einflussreiche Juden an deutschen Höfen gab. Auch das ist in diesem Band nachzulesen. Hier geht es jetzt um Josef Süß-Oppenheimer. Nun, es gibt eine Szene in der Judengasse in Frankfurt. Da lebt er, also ghettoisiert. Er ist nicht Teil der bürgerlichen Gesellschaft. Und nun soll er aber Schmuck besorgen, Schmuck, den der Herzog, der Herzogin schenken kann. Und außerdem braucht der Herzog auch sonst Geld, ob er da nicht helfen kann. Und Oppenheimer sagt, ja, aber ich benötige Permission. Ich muss überhaupt die Erlaubnis haben, nach Stuttgart reinzudürfen. Denn es gibt da einen Bann. Juden dürfen nicht nach Stuttgart reisen. Dann wird ihm von dem Assistenten des Königs gesagt, ja, das kann ja alles gut möglich sein, dass man ihm da eine Erlaubnis erteilt. Aber so wie er aussehe, geht das nicht. Und dann beobachten wir, wie Oppenheimer mit der Kutsche dann fährt und plötzlich anders aussieht. Er hat seinen Bart rasiert, er hat seinen Kaftan abgelegt, sehr zum Missfallen seines Assistenten Levi. Und aber Oppenheimer rechtfertigt eben genau das. Er sagt, ich mache die Tür auf für euch alle. In Samt und Seide werdet ihr gehen. Was hier thematisiert wird, ist die Assimilation von Juden. Also Juden, die Teil der bürgerlichen Gesellschaft sein wollen und deswegen auch nicht die üblichen Insignien eines Judentums mit sich herumtragen wollen. Diese assimilierten Juden, wie man sagte, waren den Nazis ein besonderes Dorn im Auge. Ihnen ging es darum, das Judentum, die Juden sichtbar zu machen, weshalb man ja bekanntermaßen auch eben auf den gelben Stern gesetzt hat. Und hier hat man eben diese Angst, dass wenn jetzt also die Juden unsichtbar werden, wenn sie einfach Teil der bürgerlichen Gesellschaft sind, dass sie dann besonders intrigant werden können, besonders gefährlich werden können. Diese antisemitische Fantasie zieht sich durch den ganzen Film hindurch. Auf der Reise nach Stuttgart ist es dann auch so, dass Oppenheimer auf Dorothea wie zufällig trifft. Und sie unterhalten sich dann zunächst einmal, scheint es ganz unverbindlich, über das Reisen, wo er dann schon gewesen sei in Frankreich, ja schon und da und dort. Und dann fragt sie ihn, hat er denn keine Heimat? Und er antwortet, doch die Welt. Und sie kann es überhaupt nicht fassen. Was hier deutlich gemacht wird, ist also das Klischee vom entwurzelten Juden, in Anführungszeichen, dem ewigen Juden, der durch die Welt rast, der nirgends zu Hause ist und der deshalb auch nicht so die Nazi-Ideologie in die deutsche Kultur passt. Dieses Klischee, dieses Antisemitische, das hier bedient wird, hängt aber schon mit einer Modernisierungsentwicklung zusammen, die dieser Film vollkommen leugnet, die auch bei den Nazis geleugnet wurde. Nämlich Georg Simmel hat das beschrieben in seiner Philosophie des Geldes. Dadurch, dass wir das Geld haben als modernes Tauschmittel, dadurch, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen können, mal da, mal dort, ich heute hier und morgen in Paris arbeiten könnte, bedeutet das, dass wir eben uns lösen von familialen Strukturen, von Clan-Strukturen, auch von kulturellen oder Landesstrukturenwurzeln. Und wir sind in gewisser Weise durch diese Modernisierung entwurzelte, was aber eben ein großer Vorteil ist, weil das eine gewisse liberale Freiheit mit sich bringt. Der Film ist aber dezidiert antimodernistisch und Brandt mag deshalb diesen zivilisatorischen Fortschritt als etwas Jüdisches. Und so ist es dann auch, dass Oppenheimer in Stuttgart ankommt und gleich wird er von Dorotheas Verlobtem erkannt. Faber sieht ihn mit stechendem Blick, sagt er, aber das ist doch ein Jude. Blanke Hass schlägt nun Oppenheimer entgegen, der sehr höflich und galant darauf reagiert. Wir müssen diese Szene in zweierlei Weise betrachten. Einmal ein Publikum 1940, das antisemitisch vorgeprägt ist, das dann vielleicht genauso wie Faber auf Oppenheimer Blick mit der gleichen Wut. Zugleich aber ist die Höflichkeit so groß bei Oppenheimer, seine Galanz so stark und auch wie er sich eben dort gegenüber Dorothea verhält, so vornehmen, dass man sagen kann, naja, ist das denn tatsächlich hier so, dass die Sympathien 1940 alle ganz bei Faber waren? Es ist alles sehr fraglich. Wir können diese Rezeptionsgeschichte nur schwerlich nachvollziehen. Wir können nur eines festhalten. Selbst ein solcher perfider Propagandafilm produziert mitunter einen Überschuss. Das heißt, manche Szenen produzieren eine gewisse Ambivalenz, die vielleicht so von den Drehbuchautoren, vom Regisseur und auch von Goebbels, der hinter diesem ganzen Projekt schon nicht erdacht, nicht vorhergesehen, nicht gewollt waren, aber trotzdem sind sie dann da. Ein Werk ist da auch klüger als der Autor mitunter. Insofern sind, wenn wir mit dem heutigen Blick draufschauen auf diese Szene, unsere Sympathien natürlich bei Oppenheimer und nicht bei diesem irren Faber. Dann kommt es eben zu diesem Diskurs um die Ausgaben des Herzogs. Der Herzog, der hätte nicht nur gerne eine Garde, sondern er hätte auch gerne eine Oper und ein Ballett und Oppenheimer spricht ihm zu. Aber da sind die Landstände, die eben dieses konservative Deutschtum verwalten und auch diese alte feudale Wirtschaftsordnung sind dagegen. Im Prinzip könnte man auch hier Ambivalenzen reinlesen. Eigentlich sind diese Landstände vollkommen kulturlos und es ist ja nur richtig, in einem modernen Staat auch eine Oper und ein Ballett zu haben. Oppenheimer legt dem Herzog nun nahe, Zitat, Geld aus Württemberg herauszuholen. Das heißt, es sollen Steuern genommen werden, zum Beispiel für Straßen oder so, die man ja bezahlt hat. Also könnten die Bürger doch auch dafür Steuern zahlen. Der Herzog, der verschuldet sich ja bei dem Kaufmann Oppenheimer für dieses und jenes. Dafür geht er zum einen den Deal ein, dass jetzt Juden nicht mehr unter diesem Bann in Stuttgart stehen, sondern auch nach Stuttgart dürfen. Und auch gibt es eine Gegenleistung. Also Oppenheimer übernimmt die Verwaltung dieser Württemberger Straßen und nimmt einen Wegzoll. Gleich darauf kommt es dann zu einer Szene mit einem einfachen Händler, der sagt, ja, aber dann lohnt sich mein Geschäft nicht mehr. Überall muss ich jetzt zahlen und dann lohnt sich das nicht mehr, wenn ich meine Waren vertreibe. Da taucht der Sekretär Lewy auf und sagt ihm, naja, du musst das Weggeld eben auf den Preis aufschlagen. Auch das wird wieder als etwas ganz gemein Jüdisches konnotiert in dieser Szene. Da muss man sagen, ja, klar, Kosten, die man hat bei der Produktion von Waren oder beim Transport oder was auch immer, werden aufgeschlagen auf den Preis. So funktioniert modernes Wirtschaften. Und anschließend im Hause Sturm sagt man aber dann schon, wo das Ganze hinführt. Die Nahrungsmittel werden teurer, es droht eine Inflation. Man stellt also hier wieder die guten Bauern und Händler, die Deutschen, gegen eben die jüdischen Steuern. Überhaupt, dass Steuern genommen werden, wird als etwas Böses angesehen. Noch heute sieht man ja in manchen diffusen Blasen, dass man Steuern als Diebstahl ansieht. Und die Landstände, die verkörpern hier die guten Deutschen, die vermeintlich guten deutschen Kapitalisten. Es sind die Kapitalisten, die Industriellen, die dann 1933 auch mit Hitler paktiert haben und auch an Antisemitismus nicht gespart haben. Das kann man hervorragend nachlesen, in Studien, aber auch in diesem Roman, den ich ans Herz legen möchte, die Tagesordnung von Eric Bouillard. Da zeigt sich sehr schön, wie die deutsche Großindustrie sich verhalten hat. Hohe Staatsverschuldung, die droht also. Die Inflation, da gibt es selbstverständlich, auch wenn es im 18. Jahrhundert spielt, Verweise zur Weimarer Zeit. Und man wird hier auch immer wieder ansichtig einer jüdischen Figur, die quasi so als Vampir ausgestellt wird. Und auch das ist eine antisemitische Tradition seit dem 18. Jahrhundert, dass man eben Juden als die zeigt, die das Blut aus den guten, vermeintlich guten Deutschen aussaugt. Und wir haben einen solchen Diskurs sogar heute noch, wenn wir an die EZB denken. Damals war mal in der Bild-Zeitung vor einigen Jahren zu lesen von Mario Draghi, dem EZB-Chef. Das ist Graf Dragila, also der den guten deutschen Sparern das Geld wegnimmt. Propaganda findet in diesem Film vor allem durch Emotionalisierung statt. Also der gute deutsche Arbeiter, das ist dann einmal der Schmied, der bekommt die Hälfte seines Hauses abgerissen, weil es auf der Straße steht. Das beschließt dann Oppenheimer allein, so als hätte er die Macht darüber, das wird immer suggeriert. Wieder wird hier also die Verantwortung auf die jüdische Figur für alles abgewälzt. So auch dann eine Szene später. Zwei minderjährige Mädchen werden zum Ball des Herzogs eingeladen und der Vater dieser Mädels, der ahnt es gleich, der Jude steckt dahinter, sagt er. Also auch hier wieder, wir sind die Guten. Der assimilierte Jude wird hier zum heimlichen Herrscher über alles gemacht. Das ist eine typische antisemitische Verschwörungstheorie. Das kann man dann auch entsprechend finden bei den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion. Auch eine solche Verschwörungstheorie, die in den 20er, 30er Jahren sehr populär war. Der Diskurs ist hier immer Tugendhaftigkeit, Arbeit, das ist was Deutsches versus sexuell, promiskuitiv, verschwenderisch, parasitär. Das wird als etwas jüdisches dargestellt. Und diese Szene ist dann auch ganz symptomatisch, die am Spieltisch stattfindet. Oppenheimer spielt da um Geld mit Karten und Faber taucht auf und sagt, der Jude spielt mit dem Geld, das andere hart erarbeitet haben. Also hier wird ein ganz klarer Bezug hergestellt. Die Juden sind an der Börse und dort spekulieren sie. Es gibt ja bis heute so die Rede vom Casino-Kapitalismus, von der Börse als großem Roulette-Tisch, wenngleich das eben hochproblematisch und auch falsch ist. Denn es ist ja tatsächlich so, dass an der Börse Geld komplett verloren gehen kann. Also der Wert kann radikal verfallen. Während es ja beim Spieltisch immer nur darum geht, dass das Geld mal in die eine, mal in die andere Hand kommt oder eben die Bank es kassiert. Aber Geld verschwindet nicht. Es wird nicht vernichtet, zumal es bei der Börse mit dem Spiel um Erwartungen, auch um Prognosen und so weiter geht. Und es geht gar nicht so sehr um das reine Zufallsprinzip, wie wir das am Roulette-Tisch haben. Aber dieser Diskurs wird auch hier aufgemacht. Und der Herzog beobachtet Oppenheimer, wie der dann sogar auch die Frau des Herzogs bezürzt und sagt, nichts ist dir heilig, nicht einmal die Frau deines Herzogs, nur der Profit. Nun, was der Herzog hier ausspricht, das ist aber nicht das Wesen des Juden, wie uns der Film nahelegen will, sondern das Wesen des Kapitalismus. Marx und Engels schrieben im Kommunistischen Manifest, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Und der Kapitalismus ist doch kein unmoralisches System, sondern ein amoralisches, erkennt in dem Sinne keine Moral. Er will den Profit maximieren. Und deswegen ist auch eine moralische Kapitalismuskritik eher heikel. Zur antisemitischen Ideologie gehört, wie schon angesprochen, die Weltverschwörung. Und das wird hier ganz stark gemacht, dass es hier eigentlich eine Fremdherrschaft geht. Man sagt hier eigentlich, naja, der Herzog ist ein bisschen frivol und ein bisschen dekadent, aber eigentlich, so will der Film uns immer wieder nahelegen, ist es doch so, dass hinter all dem Oppenheimer steckt. Dabei gibt es auch hier eine Ambivalenz wieder, denn der Herzog strebt danach, absoluter Souverän zu werden, indem er die Landstände entmachtet. In gewisser Weise geschieht hier das, was in Hitler-Deutsch 1934 beim Römputsch passiert ist, dass also dann Hitler der absolute Souverän wird. Oppenheimer bittet die jüdische Gemeinde um Geld, um die Soldaten des Herzogs, mit denen gegen die Landstände gekämpft werden soll, zu unterstützen. Und die Landstände, die sagen dann auch gleich, die Juden haben das alles eingefädelt. Also hier wird wieder so getan, als sei Oppenheimer der eigentliche Mächtige. Dabei ist er machtlos. Wenn er die Gunst des Herzogs verliert, dann ist er sofort entmachtet, wie sich auch zeigt, als der Herzog stirbt, hat er keine Macht mehr, dann muss er sich diesem Todesurteil fügen. Die Schwaben aber, die präsentieren sich weiter in diesem Film als die braven Sparer. Und was hier wieder ausgeklammert wird, ist, wie der Kapitalismus eigentlich funktioniert. Ja, der Kapitalismus funktioniert nicht ohne Kredite. Der Kapitalismus ist angewiesen auf Schulden. Der Kapitalismus bedeutet auch immer Spekulation auf die Zukunft. Wenn ich heute ein Geschäft eröffne, sagen wir 10.000 Euro investiere, dann spekuliere ich darauf, dass in Zukunft sich diese Investition lohnt, dass ich aus den 10.000 vielleicht 15.000 Euro mache. Sonst würde ich das Geld ja bei mir behalten und würde mich überhaupt nicht bewegen. In Jud Süß aber wird all das jüdisch konnotiert. Überhaupt der Universalschuldige für alle Probleme ist immer der Jude. Das wird dann gern im Kollektiv-Singular auch vorgebracht. Nahezu jede Szene läuft darauf hinaus. Und weitere antisemitische Stereotype seien hier nur am Rande erwähnt. Werner Kraus, der schon erwähnte Schauspieler, spielt vier verschiedene Juden. Einmal einen Rabbi, einen Sekretär, einen Schächter, dann einen Alten am Fenster, der mit einer jungen, halbbekleideten Frau rummacht. Also da hat man nochmal das Klischee der schönen Jüdin. Also diese vier Figuren, die er spielt, die sind alle gierig, schmutzig, krank, alchemistisch. Was hier mit dieser Besetzung gesagt werden soll, ist, eigentlich sind alle gleich. Deswegen spielt Werner Kraus diese ganzen Figuren. Dann zweitens, sehr wichtig, man bezieht sich auch nochmal auf Martin Luther und seine antisemitischen Schriften. Die Landstände tun das. Dann drittens, Oppenheimer hat französische Manieren. Er ist Verkörper der Zivilisation, der Zivilisation gegen die deutsche Kultur. Und zugleich wird er dann effeminiert dargestellt. Auch das ist interessant, wenn man einmal auf aktuellere Filme schaut, dass eben der effeminierte Mann auch zugleich immer schon der ein bisschen sexuell perverse, in Anführungszeichen ist. Denken wir nur an den Sohn des englischen Königs in Braveheart, der als weibig und homosexuell inszeniert wird. Denken wir auch an Xerxes und seine Leute in 300, die mit Schmuck behangen sind. Sie leben sexuell ausschweifend und nicht heteronormativ. Also diese Diskurse, die gibt es immer noch. Dann viertens werden Juden dargestellt als Wort- und Rechtsvertreter. Sie haben überhaupt kein Verhältnis zur Wahrheit, wird einem deutlich gemacht. Und dann fünftens, das ist besonders wichtig, das Maskenhafte. In einer Szene zwischen dem Herzog und Oppenheimer kommt es zu einem interessanten Dialog. Der Herzog hat schon einiges getrunken und fordert Oppenheimer auf, jetzt auch mal die Maske abzunehmen. Was steckt dahinter? Was steckt überhaupt hinter all dem Glanz? Und der Oppenheimer fragt, ja, was soll denn dahinter stecken? Ja, nehm mal die Maske weg, die letzte. Und der Oppenheimer fragt, welche Maske? Was hier Aufblitz ist, ein antisemitisches Klischee, dass Juden sich immer verstellen, dass wir sie nie echt sehen, dass sie vielleicht gar nicht echt sind in der Weise. Aber auch diese Szene können wir selbstverständlich anders deuten, denn wir müssen ganz klar sagen, Zivilisation heißt, Masken zu tragen und zu erkennen, dass da nicht irgendwie das eine echte ist. Und hier sind wir auch, wenn es um das Maskenhaft, um das Echte geht, bei der Schauspielerei noch einmal, bei Ferdinand Marian, der diesen Oppenheimer hinreißend spielt. Und angeblich soll es so gewesen sein, vielleicht ist es auch eine Finte, um sich später zu verteidigen, angeblich soll es so gewesen sein, dass viele deutsche Zuschauerinnen 1940, Marian, körbeweise Briefe geschrieben haben und ihnen sagten, ach, mir tat das Schicksal des armen Juden so leid. Möglich ist es tatsächlich, weil er faszinierend spielt und auch, weil er einen ganz schwachen Antipoden hat, nämlich der schon erwähnte Faber. Er ist nicht nur blass gezeichnet, er ist auch Hölzern gespielt von Malte Jäger. Und so sehen wir auch hier, wie der Film eine gewisse Ambivalenz doch produziert, dass uns eben die Figur, die uns als so böse erscheinen wird, doch eigentlich die interessanteste ist, die dir uns am besten gefällt. Dann aber durch eine enorm starke Emotionalisierung macht man dann die jüdische Figur zum absolut Bösen, nämlich durch eine Vergewaltigung. Oppenheimer vergewaltigt Dorothea, die danach ins Wasser geht. Und es wird dann auch entscheidend für die Begründung seines Todesurteils sein. Nicht das, was er sonst so alles angestellt haben soll, sondern es wird dann ein altes Reichsgesetz zitiert, wo sich aber ein Jude mit einer Christin fleischlich vermengelt. Da verdient er den Strang. Und das wird dann noch einmal aktualisiert, indem man sagt, mögen unsere Nachfahren an diesem Gesetz ehren festhalten. Also der Bezug ist ganz deutlich zu den Nürnberger Rassengesetzen. Wer ein antisemitisches Weltbild hat, der wird es durch einen solchen Film vertiefen können. Doch wenn man eben nicht derart ideologisch verblendet auf diesen Film schaut, dann tun sich gewisse Doppeldeutigkeiten, die schon angesprochen wurden, auf. Und wir können uns fragen, was ist dabei, dass Oppenheimer auch erfolgreich sein will, dass er aus dem Ghetto raus will. Was ist dabei, dass er Kredite vergibt, dass ein Land doch mal Schulden aufnehmen muss. Und was ist dabei, dass man nicht eine Sexualmoral will, die so repressiv ist wie die von Faber. Vor allem muss man den Kapitalismus begreifen, um gegen den im Film geschürten Antisemitismus gefeit zu sein. Oppenheimer ist ein Modernisierer. Was jetzt die Landstände wollen, ist eine Wiederherstellung einer feudalen Ordnung, der Stände, der Hierarchie. Und wir sehen mit Oppenheimer eigentlich einen Akteur, bei dem sich der Feudalismus so langsam auflöst, da ein bisschen frühe Industrialisierung stattfindet. Modernes Geldwesen eben. Und was wir dann gespiegelt auf die 30er Jahre erleben können, ist, eigentlich versucht der Film Propaganda zu machen für ein Führerprinzip und auch für eine hierarchische Ordnung. Dann nicht mehr durch die Landstände, sondern durch eben die Partei, die NSDAP. Der Kapitalismus, der hier gewünscht wird, ist einer ohne Widersprüche. Keine Inflation, keine Krisenanfälligkeit, keine Spekulation, keine Kredite. Kurzum, ein Kapitalismus, den es nicht geben kann, den die Nazis aber immer wieder versuchten zu versprechen, um so für sich Leute zu gewinnen. Max Horkheimer, der einer der großen Denker der Frankfurter Schule, hat das analysiert in seinem Aufsatz von 1939, Die Juden und Europa. 25 sensationelle Seiten, die man einmal gelesen haben sollte. Er zeigt sehr schön, wie die Ideologie der Nazis funktioniert. Eben diese Ideologie vom guten Kapitalismus. Wenn man nur dieses böse Element und gemeint sind, dann bei den Nazis eben die Juden mal aus dem Kapitalismus entfernt, dann funktioniert er ganz formidabel. Und das ist genau die Ideologie, die den Film Jud Süß grundiert. Verschleiert wird aber durch diese Schaffung des Sündenbocks, dass eben der Kern des Kapitalismus ein anderer ist, dass es darum geht, Profite zu maximieren und auch Produktionsmittel in den Händen zu halten. Horkheimer schreibt dazu, die faschistische Ideologie verschleiert das gleiche Verhältnis wie die alte harmonistische, gemeint ist der Liberalismus. Die Herrschaft einer Minderheit aufgrund des faktischen Besitzes der materiellen Produktionswerkzeuge. Das Profitstreben endet heute in dem, was es stets schon war, im Streben nach gesellschaftlicher Macht. Darum geht es hier und eine gewisse gesellschaftliche Macht möchte eben Jud Süß den Juden auf keinen Fall zugestehen. Wie der Film, so auch Hitler. Verabschieden will man sich eigentlich hier nicht vom Kapitalismus, ganz im Gegenteil, sondern es geschieht hier Folgendes, dass Horkheimer schildert, als hätte er den Film gesehen. Der Aufsatz ist ein Jahr vorher erschienen. Nach dem hundertjährigen Zwischenspiel des Liberalismus ist die Oberschicht in den faschistischen Ländern auf ihre Grundeinsichten zurückgekommen. Die Existenz der Individuen wird im 20. Jahrhundert wieder bis in alle Einzelheiten kontrolliert. Das heißt, man hatte eine Phase des Liberalismus mit einer gewissen Freiheit, auch für die Juden, und jetzt dreht man das wieder zurück, schafft diesen Liberalismus ab und schafft einen Kapitalismus ohne eben einen solchen Liberalismus. Und dieses Ende des Liberalismus, das ist eben besonders gefährlich für Juden, die eine gewisse Zeit eben in diesem Liberalismus auch eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung sich verschaffen konnten. Dennoch, sagt Horkheimer, Sehnsucht nach den Zeiten des Liberalismus vor 1933 ist nicht angebracht, denn der Faschismus war bereits in das System hineinprogrammiert worden. Horkheimer schreibt dazu Folgendes, und das lässt einen hellhörig werden. Der Wirklichkeit, in der die Juden groß geworden sind, war eine natürliche Moral immanent, nach der sie jetzt zu leicht befunden werden, die Moral der ökonomischen Macht. Dieselbe Rationalität, nach der unterlegene Konkurrenten schon immer ins Proletariat versanken und ihr Leben betrogen waren. Diese ökonomische Zweckmäßigkeit hat jetzt auch den Juden das Urteil gesprochen. Wieder diskutiert eine zahlreiche Elite diesmal nicht bloß über Frankreich, sondern über ganz Europa. Die Sache der Übel und die Natur der Abhilfe. Das Resultat ist für die Juden schlecht. Sie kommen unter die Räder. Andere als sie sind heute die Tüchtigsten. Die Führer der neuen Ordnung in Wirtschaft und Staat. Dieselbe ökonomische Notwendigkeit, die irrational das Heer der Arbeitslosen schuf, hat sich jetzt in Gestalt wohl abgewogener Verordnungen gegen ganze Minderheiten gewandt. Die Sphäre, die für das Schicksal der Juden in doppelter Weise bestimmend war, als der Ort ihres Erwerbs und als das Fundament der bürgerlichen Demokratie. Die Sphäre der Zirkulation verliert ihre ökonomische Bedeutung. Und das ist es, was in Jutsuis angestrebt wird, dass eben die Landstände die Macht haben. Man kann sagen, die kapitalistische deutsche Großindustrie, die hat jetzt wieder die Macht fest in der Hand und niemand bitte von außen. Die Landstände verkörpern ist ein Jutsuis. Es ist eine Absage an den liberalen Kapitalismus und damit auch an gewisse Freiheiten für Minderheiten, eben Freiheiten für die Juden. Unter Hitlers Kriegswirtschaft bleibt der Kapitalismus bestehen. Über die deutschen Konzerne sprachen wir. Zur Ausbeutung kommt nun jetzt auch noch die Vernichtung von Menschen hinzu. Und so lautet auch das Fazit von Horkheimer, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Und was tut Jutsuis? Jutsuis redet von den Juden, um vom Kapitalismus zu schweigen. Deshalb ist der Film aus heutiger Sicht sehr lehrreich. Denn wir wissen, was geschieht. Wir wissen, was geschieht, wenn man nur schaut, aber nicht sieht. Jutsuis. Shabbat. Jutsuis. Jutsuis. Untertitelung des ZDF, 2020